Heute zeige ich dir, wie kannst du günstiger aus der Vivi App auszahlen über eine Plattform, die ich dir zeigen werde. Das werden wir heute einmal behandeln, deswegen viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich möchte als allererstes, bevor das Video startet, erstmal ein Danke sagen an Caro hier aus der Community, der mir hier ein bisschen geholfen hat, auch dieses Beispiel, was ich euch heute vorstellen werde, ein bisschen zu kreieren für euch, um euch einfach besser zu veranschaulichen, welcher Weg hier definitiv für das Payout der bessere ist, der einfach auch Geld sparen möchte, um zum Beispiel teurere Fees auf jeden Fall zu vermeiden. Deswegen würde ich auch sagen, schauen wir uns auf jeden Fall hier auch direkt mal den Provider an, den wir heute auf jeden Fall einmal als Beispiel nutzen werden, der meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Ich möchte aber auch erwähnen, dass das hier keine Werbung ist für den Provider. Das Ganze ist einfach nur ein sehr guter Provider, der uns auf jeden Fall hier etwas hilft, deutlich mehr Gebühren zu sparen und dementsprechend würde ich auch sagen, schauen wir uns auf jeden Fall hier jetzt mal ganz kurz den Provider an. Und ihr seht jetzt auch schon, das Ganze ist WISE und ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht und wir schauen uns heute auf jeden Fall einmal hier ein ganz kurzes Beispiel an zum Thema WISE. Wie wäre es, wenn man über WISE auszahlt und wie wäre es, wenn man direkt aufs Bankkonto auszahlt? Das schauen wir uns jetzt an. Und ich habe das Ganze jetzt hier einfach mal mit zwei Beispielen gemacht und zwar nämlich einmal den direkten Weg aufs Bankkonto, was für Fies anfallen und wie viel. Hier sehen wir erstmal, wenn man sozusagen als Europäer auszahlt, zahlt man nämlich 20 Dollar hier als Gebühren an Nium beziehungsweise den Provider und wenn man in die USA auszahlt, sind es tatsächlich nur 1 Dollar beziehungsweise in Dollar dann halt auszahlt. Und dementsprechend ist das natürlich schon ein beträchtlicher Unterschied für uns Europäer. Auf jeden Fall ein riesiger Nachteil. Ansonsten kommen wir nochmal dann, wenn man über den Banktransfer das Ganze macht, 10 bis 15 Dollar nochmal Gebühren drauf, die die Bank sozusagen für diese Transaktion beansprucht und dann nochmal 3 bis 5 Dollar Umrechnungsgebühr. Das kann aber hier tatsächlich bei den Bankfees wie auch den Dollar-Euro-Gebühren immer schwanken, da es natürlich auch davon abhängt, wie viel ihr auszahlt und was eure Bank hier normalerweise als Gebühr nimmt. Insgesamt kommen wir dann hier so auf in etwa 30 bis 40 Euro. Plus, minus kann das auf jeden Fall immer einiges noch sein. Das kommt wie gesagt ganz klar darauf an, wie viel eure Bank beziehungsweise wie viele Umrechnungsgebühren da noch fällig sind. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz den Umweg über WISE an. Und hier sieht es dann doch schon ganz gut aus. Wir haben hier nämlich nur eine Auszahlungsgebühr für Nium von gerade mal 1 Dollar und eine Umrechnungsgebühr von 3 bis 5 Dollar. Das schwankt natürlich aber auch immer. Dementsprechend wir hier natürlich auch momentan die Umrechnungskurse sind, plus wie viel ihr natürlich auch auszahlt. Insgesamt kommen wir dann hier bei dem Umweg über WISE gerade mal auf 6 bis 8 Dollar an Gebühren, wenn ihr sozusagen auszahlt, ohne die 10%ige Gebühr, die ihr sozusagen bei Vivi selbst zahlen müsst. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch direkt mal ganz kurz hier ein Beispiel an, das uns der Karo einmal hier zur Verfügung gestellt hat. Auf jeden Fall großen Dank erstmal dafür. Und er hat hier an dieser Stelle 840 Gems ausgezahlt. Also das heißt sozusagen über WISE geschickt. Da fallen natürlich erstmal die 10% Gebühren von Vivi an, die standardmäßig sind und dann 1 Dollar von Nium. Dann kommen nochmal sozusagen, wenn das Geld auf der WISE-Plattform ist, 3,68 Dollar, nochmal an Umrechnungsgebühren dazu, um das Ganze sozusagen in Euro zu rechnen. Hier seht ihr das auch, 755 Dollar sind angekommen. Das Ganze wurde dann hier umgerechnet in Euro, sind 678 Euro. Und ihr seht jetzt hier drüben auch nochmal die Umrechnungsgebühr sozusagen von Dollar in Euro, 3,68 Euro. Insgesamt sind dann auf dem Konto 678 Euro angekommen, von eigentlich 840 Dollar ausgezahlt. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied, muss man einfach ganz klar sagen. Insgesamt sind das hier 160 Dollar, die ihr sozusagen an Fees und so weiter und so fort bezahlt habt. Ich melde mich an dieser Stelle nochmal ganz kurz hier aus dem Schnitt, denn mir ist nämlich aufgefallen, dass ich vergessen habe, den Wechselkurs von Dollar und Euro an dieser Stelle mit einzubeziehen. Und insgesamt sind es tatsächlich gerade mal 87 Euro, die du sozusagen Fees bezahlst an Bibi, sowie auch für Banktransfer und so weiter und so fort. Also im Prinzip, Caro hat an dieser Stelle nur 87 Euro an Fees bezahlt, weil der Wechselkurs ist doch relativ extrem. Ich werde das an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz einblenden, wie das sozusagen ist, was er im Prinzip davor in Dollar hatte, also die 840 Gems, und was er dann wirklich sozusagen, also was das eigentlich in Euro theoretisch gesehen wert ist. Dementsprechend muss ich tatsächlich sagen, ist das sogar relativ in Ordnung mit den 10% Fees. Aber nichtsdestotrotz, hier wollte ich das auf jeden Fall nochmal ganz kurz angemerkt haben, weil ich das ansonsten im Video vergessen hatte mit einzubeziehen. Schon muss man ganz klar sagen, eine Menge, aber immerhin besser, als wenn ihr das Ganze über den Banktransfer macht, wo ihr dann wahrscheinlich eher um die 200 Euro bzw. Dollar an Fees bezahlt hättet. Also hier auf jeden Fall schon, meiner Meinung nach, deutliches Erspannis. Es hängt natürlich aber auch immer davon ab, wie viel ihr dann auszahlt, aber meiner Meinung nach lohnt sich dieser Weg hier über WISE definitiv. Ich werde dir natürlich auch unten einmal das Ganze verlinken mit der Plattform und so weiter und so fort. Ist aber meiner Meinung nach auch relativ easy, das Ganze zu verstehen. Wenn ich persönlich auszahlen werde, dann werde ich definitiv den Weg über WISE gehen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich auch, wie kriege ich denn jetzt das Geld von WISE auf mein Bankkonto bzw. über WISE. Dazu musst du dich natürlich erstmal bei WISE anmelden. Dort bekommst du dann Bankdaten, die du im Prinzip auch ganz normal wie von deinem eigenen Bankaccount hast. Dort schickst du dann sozusagen das Geld hin. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Ich werde das hier irgendwo verlinken unter dem i. und dann schickst du sozusagen dort das Geld hin. Und danach kannst du das sozusagen ganz normal, da es ja ein Euro ist, kostenlos auf dein Bankkonto transferieren. Beim Beispiel von Caro jetzt beispielsweise hat er mir auch geschrieben, dass das Ganze wirklich sogar direkt aufs Bankkonto gegangen ist und jetzt also nicht wirklich lange gebraucht hat. Dementsprechend hier auf jeden Fall auch ein relativ schneller Weg. An dieser Stelle aber auch ganz wichtig die Warnung. WISE möchte eigentlich nichts mit Krypto und so weiter zu tun haben. Das heißt, es könnte sein, dass wenn hier WISE herausfindet, wo diese Transaktionen herkommen, dass natürlich euer Konto mit dem Geld dort eingefroren wird. Habe ich das schon mal gehört, dass es passiert ist? Nein, aber kann es passieren? Definitiv ja. Deswegen hier auf jeden Fall ganz wichtig, das noch am Ende zu sagen für die Leute, die das dann wirklich versuchen wollen. Ich denke aber nicht, dass es tatsächlich hier der Regelfeld wird, dass dann plötzlich Transaktionen von euch eingefroren werden oder sonst was passiert. Ansonsten war es also an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Wenn dir das gesamte Video geholfen hat und dir es gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.